wahrscheinlich muss ich das genau so machen ja wahrscheinlich muss ich das genau so machen geh dann hier runter mach dann hier wieder rot ich mein wir werden es ja gleich sehen was da das problem ist dann würde ich einfach sagen lila ok ich habe jetzt nicht verstanden welche herausforderungen mir das da oben ach die wollten bloß verhindern dass ich den stein da hoch nehmen ok wir bleiben da mal und wir flitzen mal hier durch upsale ok also wir schauen uns noch mal an okay wir sind auf blau das heißt den ersten sprung sollte ich machen und dann sollte ich auch upsale ok kriegen wir hin ist nicht so das problem wir müssen uns hallo dran halten ob ob da war ich jetzt wieder doof da habe ich wieder nicht gerafft dass ich ja die farbe nehmen musste ich sehe ok ok also wir kriegen es hin da bin ich eigentlich zuversichtlich blau ist es äh lila ist es äh rot ist es äh orange ist es okay türkis ist es blau ist es das ist es ich denke ist es dann würde ich hier sagen der da dann würde ich hier sagen der da dann laufen wir hier mal weiter okay das ich hatte gedacht ich wandel schon jetzt schon blau um ist es nervig dass man hier ab voll durchlaufen muss ich meine es ist nicht schwer eigentlich es ist halt nur eine lange duschstrecke so 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 da darf man sich nicht unter Druck setzen lassen die köpfe sind nicht so schnell so blau tack 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 dann sind wir hier sagen wir hier blau sagen wir hier lila sagen wir hier rot sagen wir hier orange geht es hier rüber sind wir in der tür ok so kompliziert war das nicht und dann sehen wir wieder den nächsten abschnitt mit dem nächsten kompanion ich frage mich echt ob er wirklich böse ist oder ob er einfach nur der wächter über die realität ist und wir bekommen jetzt gelb dahinter ist so ein zerfallener kopf ich frage mich so ein bisschen wahrscheinlich ist wirklich das allerletzte weiß oder transparent a yellow streak da ist ein kopf einer weiblichen königin ich weiß nicht ob das vielleicht eine anspielung auf unsere mutter ist also ich schätze es also unsere mutter ist wer sie uns halt immer so anspricht gehen wir auf lila und ein weiterer brief von unserer mutter spring spring was around the corner yellow daffodils poked through the dirt in our backyard as time moved my resentment slowly slipped away so ich so und dann sind wir wieder zurück zurück in der karte die wir gerade gemacht haben so im prinzip müssen wir ja jetzt eigentlich so es gibt noch einen so im prinzip müssen wir jetzt eigentlich alle karten noch mal machen weil wir jetzt gelb haben mit dem wir da reinkommen wir können uns noch mal kurz angucken was es hier unten eben gibt da kommen wir ja jetzt hin sieht mir aber eigentlich fast so ein bisschen endbossig aus ich würde eigentlich schon noch ganz gerne diese ganzen flaschen einsammeln muss ich sagen auf der anderen seite können wir mal gucken was passiert wenn jetzt wirklich hier reingehen da geht's zum leuchtturm da geht es woanders hin dann würde ich doch ah das ist dieses hellgrün das haben wir noch gar nicht das heißt wir müssen rot nehmen wir müssen rot nehmen Meine Forschung hat mich auf die Geschichte von einer langfristigen Zivilisation gegründet. Sie haben große Maschinen gegründet, die Elektrizität für viele Jahre bevor wir sie herausfinden. Wunderschön, aber diese Zivilisation ist gesagt, dass sie keine Schmerzen haben. Sie wissen von Schmerzen und sie sehen, aber sie nicht selbst zu erleben. Sie erklären, dass sie die Schmerzen der Schmerzen ist, wie ich die Schmerzen erklären kann, jemanden, die nur in schwarzem und schwarzem sehen kann. Ich frage mich, wenn wir in unseren Erfahrungen mit Schmerzen beenden können. Okay, also hier geht's rot, dann ist irgendwo dieses lustige blau, dann geht's wieder auf rot. Dann können wir da wieder durch die Türen. Sooo, das ist hier blau. Das ist hier pink. Das ist hier blau. Okay, was brauche ich denn? Ich brauche, ähm... Blau. Okay, ich muss hier rüberspringen. Dann pink. Rüberspringen. Dann blau. Okay, manchmal bin ich echt doof. Äh, blau. Gut, äh, also hier rüberspringen. Pink. Rüberspringen. So, dann gehen wir wieder nach unten. Machen wieder pink. Machen wieder blau. Öffnen die Tür und gehen durch. So, hier sind wir gerade bei gelb. Wie weit geht der? Okay, und rot ist da. Gut. Ah. Alles klar, dann stelle ich mich da hin und zack. Rot. Und der geht bis... Also eigentlich will ich da runter. Deswegen machen wir das doch so. Yeah. Genau so wollte ich das. Oh, dann stelle ich mich mal da hin und hoffe nicht getroffen zu werden. Ja. Okay, die Frage ist, habe ich ihn jetzt oder muss ich da nochmal hin? Also. Wir gehen hier hin, dann sind wir bei rot. Und hier ist blau, dann gehen wir nochmal da runter. Okay, den haben wir. Da geht's weiter. Okay, wenn der da zurück ist, können wir quasi da rüber. Und sagen wir hier blau. Sagen hier pink und flitzen weiter. Okay, wir schieben dich da rüber. Und dann würde ich dieses blau sagen. Dann können wir wieder auf... Orange gehen. Können wir dich da rüber schieben. Gehen wir wieder auf blau. Ach, hätte ich einfach durchlaufen können. Was für ein Blödsinn eigentlich. Brauche ich doch gar nicht. Brauche ich doch. Ah, brauche ich doch. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir hier mal... Ne, auf gelb. Das ist in Ordnung. Jetzt gehen wir auf blau. Laufen wir hier durch. Gehen wir auf... Orange. Nehmen wir dich. Schieben wir dich hier durch. Gehen wir hier rüber. Laufen wir hier rüber. Und dann gehen wir auf pink. So, dann können wir jetzt hier sagen blau. Schieben wir dich einfach weiter. Gehen wir hier wieder auf pink. Haben wir da kein Problem mit. Und dann können wir hier wieder sagen blau. Und dann schieben wir dich da runter. Und kommen hier raus. Och, nö. Jetzt gehst du. Okay, man kann auf jeden Fall... Man kommt auf jeden Fall durch. So. Nicht blau, blau. Dann können wir da, wenn wir da oben sind, auf rot gehen. Rot. Manchmal habe ich keine Worte. So. Wir düsen hier hoch, 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 hoch. Und wir sagen jetzt rot. Dann sagen wir wieder blau. Äh, was muss man hier sagen? Rosa. Und blau. Super. Okay. Wo haben wir rosa? Da haben wir rosa. Das heißt hier, 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 hier. Hier. Und rosa. So, geht's wieder auf. Rot. Gehen wir wieder auf blau. Und dann gehen wir hier auf rot. Und dann können wir diesen Raum verlassen. Und dann gucken wir gleich mal. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020